ja wir wissen ich habe mal glück lesen was mit 2 wir haben zum glück alle drei jetzt so in die strategie war ja nicht verkehrt die wir erfahren haben ja also daher und diese kleen hat sich da immer so viel aber eine 3 ist schlecht 3 ist schlecht wenn der bombe mit bei ist der dicke dahinten schon was war der? mit bei irgendwie rum er hier ist da mit dem ja haben wir jetzt erstmal richtig hin oder? die geisterwelt ist manchmal für batute die 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 Der Dau in der Dicke. Tatsache. So, ich hab's in der Luft, die ja auch immer noch mitgenommen hat. Wie schlecht das schon. So, damit können wir... Ah, doch eine 2, war ich stand? Nee, ach Mann. Naja, gut, komm. Ich hab' einen Fehler gemacht, aber sicher halt. Ach, doch nicht. Ach, ich hab' nur die Karte. Ich hab' einen Fehler gemacht. Ich hab' einen Fehler gemacht. Aber wie kriegt man den am besten? Am besten mit dem Hammer, das wissen wir gerne. Guck mal, wenn du eine 3 würfelst, dann brauchst du beim nächsten Zug eine 1. Ja, jetzt haben wir eine 2. So. Ihr könnt mir jetzt den Hammer besorgen, selbstverständlich. Das Schwert ist sowieso gleich weg. Also nehmen wir den. Ich hab' eine 2 würfel, das passt. Dann nehmen wir uns jetzt den Hammer. Ziehen den gleich mal richtig einer rein hier. Aber der ist ja sowieso fast gut, naja. Sorry. Für diese Ausguss? Wie er bekennen das? Oh. So. Jetzt muss ich glaube, es stimmt jetzt haben wir jetzt Einfach nur würfeln, selbst wenn es nur dafür ist Ich habe ja noch drei Und wir werden jetzt hoch Und ganz schnell wegrennen Und wir werden jetzt hier Und wir werden jetzt hier Ich will einfach nur würfeln, mehr will ich ja auch nicht Ich musste nicht mal die Bombe jetzt mitnehmen Ich habe sowieso eine Einzelwürfel, die ist Schrott Ich will diesen Dicken einfach nur loswerden Ich bin Ich bin Ich bin Einfach würfeln Eins oder drei, eine drei ist sehr schön Dann komme ich jetzt von der Wand wieder Da oben hin Das ist schön Dann nehme ich mal den mit Und Ja Ansonsten Warte mal, wen haben wir? Haben wir irgendwelche Gegner jetzt wirklich? Außer die Bienen hier noch? Moment nicht wahr? Ich habe es eh nur für Kopf Ja Ich bin Ich habe es da Und Ich bin Ich bin Okay, die 2 ist sehr schön. Oh, alle Beta-Claire aussehen noch, sehr schön. Es läuft, es läuft, Merlin, es läuft. Oh, oder auch nicht. So, jetzt wird es interessant, jetzt haben wir 3. Ach, Emi, jetzt muss ich losgehen. Ich habe noch den Hammer, wen wollen wir da mit dem Hammer erledigen? Wen haben wir hier? Wann, was hat der denn immer so mit der... Das ist, weil der Würfel neben mir steht, oder was? Komisch. Wollen wir hin? Wollen wir hin? Oh. Shoot the button to fire the cannon. Ich bin gerade etwas nervös. Mit 2? Ah, eine 1. Schade eigentlich. Den haben wir jetzt hier. Hä? Ach so, der hat... Haha, schön, der ist mal eingesammelt, jetzt aber nicht schlicht. Die Bletter ist mir zu Hause? súrieren Dank! … sieben gehörigen! Sochneig her systems... Das sind ja auch. Hieruro Chart! 2 schlecht Also eine 2 ist in dem Punkt rum, dass sie mir jetzt gerade springt Und du sowieso gleich so viel So jetzt muss ich ganz schnell losrennen Du wohin Oder auch nicht Eine 1, sehr schön, sehr sehr schön Oh hier die Karte könnte ich anbinden Lass mal so Ob man da irgendwo einen Schlacht immer machen könnte Mir eher hier zum Beispiel Ich habe mir ja keine Punkte außer dass ich gleich jetzt gleich ein Ding abtieren Ich verstehe nicht, warum meine Monitoren nicht an und aussehen Also links und rechts die Monitoren Das Spiel ist fast Aber wer wird gewinnen? Alles gut, Ela, alles gut Alles okay Alles gut, Ela, alles gut Alles okay Ich bin jetzt mal optimistisch, ja? Shoot the button! 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 Jawoll! Na ja, gut Nehmen wir mit das Ding Schön! Aha Und jetzt bin ich der Meinung, dass ich hier einfach so rauskomme Sieh mal Sieh mal Nishkas Maschinenarm Was genau machst du? Nein, unmöglich! Nein, du kannst ihn nicht haben! Gib ihn her! Ich würde sagen Ich würde sagen Ich habe ihn fair und ehrlich gewonnen Kriegsbeute Du hast gesagt Wenn du ihn mitnehmen kannst Gehört er dir Ja, meine Liebe Eine wundervere Soldatin Ja, meine Liebe Eine wunderbare Soldatine Ja, meine Liebe Eine schöne Stimme hat sie. Eine schöne Stimme. So. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn jetzt noch? Äh, Weg des Krieges. Nach dem... Äh? Äh? Äh, what, what? Gut, sie lang. Das war doch, das war, äh, da mit dem Typen so rumgebrüht, da mit dem A, oder grrrr, und wiss ich nie, war die Bühne der Bühne traf. Äh? Äh? Warum? Oh, nee, frühe Uwe, dann zwei. Ja, fucking. Was, äh, sorry, meine Ausdrucksweise jetzt gerade, aber... Äh, wir sind in den Fallen, oder nie? Äh. kommt er noch hinter mir ist auch ein schnittlingel mit hier 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 Jetzt kommt sie mit der 3 um die Ecke. Also, Mädel. Mach mich nicht fertig. Oh ja, eine 2. Nein, 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 nein. Warum ist denn die jetzt über dem Dubai-Spring? Das wäre ziemlich edel, wenn sie jetzt alle mit einer 3 in meine Richtung... Mit einer 3, hallo, meine Damen und Herren. Nein. Nein. Die 3, hallo, meine Damen und Herren. oh oh i did Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 da bin ich da vielleicht doch ja mal da ist ein fahrzeug ach da ist seine frau deine schwestern suchen nach dir nein eigentlich nicht aber das würde ich gerne warum soll ich dir das erzählen wenn du das willst du bist ja ein schlinge ja doch hier war eine tipp ach das chat man ich brauche es ganz schön lange wird immer kälter ich arbeite daran was du brauchst mich genauso wie ich nicht ich arbeite daran okay das dauert seine zeit viele dinge brauchen viel zeit das sterben zum beispiel aber irgendwann kann man es nicht mehr herauszögern es muss zu einem ende kommen aber ich sage auch mal gute nacht bis zum nächsten mal und verlier dich nicht in random habe ich schon meine liebe vielen lieben dank dass du dabei warst wir werden auch noch ähnlich sagt ihr bloß angucken wir ziehen das nicht mehr durch ja willkommen bei der geführten hier geht es viel ruhiger zu als kriertraining aha jela schlaf schön bis morgen früh vielleicht dankeschön für dabei sein oh vergiss das einfach und ignoriere ignoriere das gericht ok diene jetzt erst einmal deine arm exzellent atme aus und lass deine spannung los stell dich jetzt auf einen ausgeglichen ok ok bist du bereit den sieg für deinen inneren drillings zu erregeln aha ich kann es nicht auf genug betonen excellent ein toller typ ist das keine weitere fragen aaaah ok ich war bei deinem training und beim kriegstraining was hast du gelernt deiner hat mir besser gefallen das kriegsdrehen hat mir besser gefallen dann hast du die wahrheit gefunden gut gemacht meine schülerin du hast mich stolz gemacht ich hatte recht die wiege ach so alles klar sehr schön so viel zum thema die wiege des kriegers und die wiege dunkel du bist der du bist der du bist du bist der der du bist du bist Vielen Dank.